Als Eigentümer und Betreiber des Messegeländes in Düsseldorf sind wir nicht nur Veranstalter eigener Messen, sondern auch immer wieder und vor allen Dingen gerne Gastgeber und Partner dritter Veranstalter. Wir haben gegenwärtig so um die 20 Gastveranstaltungen, die sich im jahres- oder zweijährlichen Rhythmus bei uns veranstaltet werden. Und nicht nur für die eigenen Veranstaltungen, sondern auch für die Veranstaltungen dieser Veranstalter sind wir kontinuierlich dabei, unser Messegelände auf den neuesten Stand zu bringen, zu modernisieren, zum Teil zu ersetzen, neu zu bauen, wie jetzt jüngst die neue Halle 1, die ein kompletter Neubau ist mit einem großen Vordach, die auch ein architektonisches Highlight für den Standort Düsseldorf setzen wird. Es ist immer spannend, sich mit Kollegen und Kolleginnen zu treffen und sich auszutauschen über neue Entwicklungen. Uns alle verbindet ja eins, ein und dasselbe im Grunde. Wir produzieren Kommunikation und wir versuchen mit unseren Formaten eben den sich wandelnden Ansprüchen der diversen Märkte, denen zu genügen, uns daran anzupassen, neue Ideen einzubringen. Und je offener der Austausch unter Kollegen, Mitbewerbern zu diesem Thema abläuft, desto fruchtbringender ist es für alle.